willkommen zu einem neuen Part von Yousbemann und Rossi letztes Mal bin ich ja so sowas von ausgeflippt, dass ich fast die Remote genommen habe und sie an die Wand geschmissen habe oder auch vielleicht aus dem Fenster aber das ist vorbei heute bleibe ich mal, oh, was ist denn hier los mit der ersten hier so starker Wind bitteschön ich will auch hoch, danke so, Bahn, nein, verdammte Kacke boah, nein man muss sich nämlich docken hier gibt es ein schwieriges hier gibt es einen schwierigen geheimen Ausgang nein, nein, spring nicht, zu weit, danke bei diesem Level bin ich auch manchmal gescheitert ach äh, die nächste Game-Runde also mit, hier war, äh, mit Super Smash Bros. Midi ne, die kommt dann äh, morgen weil die anderen Tage hatte ich keine Zeit und ich bin so scheiße und spring in die Piranha-Pflanze so ist das eben äh, scheiße, wir haben null Pilze und nur einen Stern und eine, nur eine Feuerblume das ist, das ist bedrückend das ist, scheiße egal, oh, was oh, Gott nein, nein IBM Nein Nein Bitte nicht sterben danke so ist ach da oben wäre der Propellerhut gewesen naaai in meiner Propeller-Pilze ach das ist so doof das ist so doof aber das ist auch nicht so schlimm weg mit dem Scheiß und schon wieder hab ich den Fehler gemacht und jetzt muss man aufpassen oder sogar einen Kopf getroffen der Kopftreffer das hier andauernd Sand das hier andauernd Sandsturm ist verstehen nicht wer aber gerne da hoch bitte Scheiße geht nicht vor Ort der Hauptdorf gesehen das war übelst knapp Warten abwarten da Scheiße ja komm die Mitte Warten warten jetzt konnten wir damit nicht ähm ne scheiße nein ja Propeller Propellerpilz komm her ja scheiße Scheiße so ein geknackter Scheißwind ne nein da unten ist die Starcoin Du 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 d du vo harte D Aaaaaaach, so, das ist, da oben ist der Geimer-Ausgang, ja, stimmt. Wir müssen im richtigen Moment, ja, springen und schütteln. Och, komm, ey, so viele Gumba, äh, Gumbas, so viele Coopas, das ist unfair. Scheiße. So, wäre der Sandsturm jetzt nochmal gekommen, dann wäre ich richtig glücklich gewesen. Aber, ja, ich beurteile das Spiel ja nicht, sondern die Spiele-Tester, also die das Spiel testen, getestet haben. So, wollen wir in die Pilzwelt oder in die andere, ich würde mal sagen, die Pilzwelt, ich würde mal die Pilzwelt sagen, weil die klingt ein wenig entspannter. Oh, mit tanzenden Münzen. Cool, was ist das, bitteschön? Vorteil! Nein! Gib mir das, gib mir den Probello! Gib mir, gib mir den! Gib mir den! Nein! Guck! Ja! Na! Ja! Haha! Und da ist auch schon die erste Sternmünze. Oh, aufpassen! Oh, aufpassen! Oh, aufpassen! Oh, cool! Oh, cool! Und da ist ein Propeller-Block, den wir aber nicht brauchen, weil wir schon den Propellerpilz haben. Hm. Und wir haben uns eine kleine Abkürzung geschaffen. Wer ist das jetzt daneben gegangen? Dann wäre ich so wütend! Was ist das, bitte schon für einen neuen Gegner? Oh, Mann, ey. Komm, bewegt dich! Ja, ich hätte es ausgeflippt. Auch verschwinde, Mann! Blöde Kugel hier. Nein. Du, die kriegt uns so, die kriegt uns so. Wir haben alle Sternmünzen. Oh! Nein, nicht runterblieben. Oh! Und wir wären sogar fast runtergeflogen. Das ist so peinlich. Das wäre so peinlich. Und da ist ein... Da ist ein Geheimausgang! Da ist noch ein Ge... Da ist ein... Da ist ein scheiß Ding! Da ist ein scheiß Rohre! Nein! 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 Verdammt! Verdammt nochmal, ey. Das gibt's doch nicht. Ich hab sogar die Spitze der Fahne verpasst. Geil. Hm, 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 hm. So. Ah, nein, jetzt kommt ja... Oh, jetzt kommt die Scheiße. So, jetzt muss man aufpassen. Ich wollte es verarschen. Was war das hier? Ich bin so dumm. Es kommt jetzt. Ach, diese Scheiß-Stachis. Oh, aufpassen. Können wir nicht stoppen? Ja. Shit. Nein! Nein! Ich bin klein! Ich bin klein! Ja, nimm den! Nimm den! Yay! Jetzt bin ich wieder glücklich. Schaffst du noch? Yes! Geschafft, man! Verarsch mich doch nicht. Ach, mein Gott, Alter. Die können nicht opfern. Oh! Oh, den habe ich... Ja, genau. Jetzt wird es ein wenig schwieriger. Ja, sogar sehr schwer. Schwieriger. Und... Oh, geschafft! Nur noch zwei andere, aber das war auch ein Klacks. Das müssen jetzt aber alle gewesen sein. Okay. Jetzt kommen wir weiter. Ich nehme mal die Pilze. Ich nehme mal einen Pilz. Und jetzt gehen wir in die letzte Burg von Welt 2. Also in die fest unten. Ach, jetzt kommt der Kack. Ach, jetzt kommt der Kack. und jetzt... Ich... Ja, wieso denn... Kannst du nicht mal ein... richtigen Gang, wählen, Spaten. Du bist so scheiße, du bist so kacke, du kannst gar nichts, du kannst nichts, du bist scheiße, du bist dein bester. Du kannst das Spiel einfach nicht, weil Mario so scheiße ist. Trotzdem können wir uns die Sternen holen. Also bin ich doch kein Bastard. Oder bin scheiße. Das ist doch auch blöd, diese Brug ist einfach nur allein. Das ich hier jetzt singe, ist ungewöhnlich, aber es passt. Da-da-da-m. Mein Gott. Machst doch nicht noch komplizierter. Lame, hallo. Das kann doch jeder. Ein Wandsprung oder so. Aber die haben schon gedacht, dass das so lame ist und haben den richtigen Gang da unten hingesetzt. Ja. Ihr seid nur so cool Entwickler. Oh yeah, das sind cool Entwickler. Und ich hab die Sternmütze verpuzzelt. Yay. Und verpuzzelt ist kein Wort. Jetzt müssen wir uns mal hin, da rüber zu springen. Ja. Nein. Es war doch behämmert. Es war doch der mittlere Gang. Es ist doch nur scheiße. Es ist doch kacke. Willst du mich verarschen? Du bist doch nur ein bescheuerter, blöder Entwickler. Doch nicht. Alter, geht's noch? Wieso ist das schwer? Wieso soll das schwer sein? Ist doch gar kein richtiges Problem. Im Alter War doch nicht schwer. Wir haben kein Schach. Haden erlitten. So. Machen wir noch ein paar Dreier-Sprünge und dann kommt Kamek und versaut alles. Was? Ja. Ja. Was? Ernsthaft ohne Riesenröhren. Nein. Fass uns doch nicht. Nein. Nöck mich. Nöck mich. Nöck mich. Nöck mich. Schäbämm. Bam. Fuck. Nein. Mann. Oh mein Gott. Nö, 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 nö. Ich hab doch... Ich hab doch zwei gedrückt. Mein Gott. Nö, 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 nö. Oh, ich hab doch... больgebernehm. Tschüss. Nö, nö, nö. L oder die O. Night. corporat� gödenhaft. Ah, 85 Lam�boro gegen nach oben Leaf, nerotbädenhaonen. Oha, collapsed, da war mein Horrorinterview. モohohohohohohohohoho Oроah AO evolves gibt... Ah, leck mich doch. Das ist doch nicht fair, Mann. Alter. Ja, ich wollte einen Ansprung machen und dann nach oben bleiben und nicht rumsacken. Jetzt geht die ganze Scheiße nochmal von vorne los. Yay! Das ist... Scheiße! Das ist doch... Ich gott... Damn it! Dieses Schloss ist für Psychiater gedacht. Nein! Gut. Also Psychiater ist nicht... Stimmt nicht. Da, da. Ich hasse diesen Typen. Er mit seiner hässlichen Sonnenbrille. Damit sieht er voll gay aus. Und ist es auch blöder Scherge von Bowser? Bist nur Kacke. Wieso geh ich den falschen Weg? Da, 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 da. Da, 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 da. Ist doch gar nicht schwer. Wieso? Ist das nur fast unmöglich. Unmöglich. Ist doch alles blöd. Ist doch... Scheiße. Wieso diesen Typen... Blah, blah! Komm, blah! Juuu! Noch rechtzeitig reagiert, man. Ist doch... NEIiktion gegen... Von Super Mario Brosente. Nam 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 olas nam 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 Ja. Heslisch. NEIN! N Caroline! Ja Komm, noch die letzte Jahr! Ah, das ist doch geil, dieses Spiel fordert ein richtig, ist doch voll ein geiles Spiel. Ja, das ist es. Und wir sind schon wieder am Ende angelangt. Jetzt kommt der Cheater. Jetzt kommt wieder der Typ, der ist in der Sonnenbrille. Was ist denn? Alter. Der ist pink. Guckt euch den nochmal an. Der ist gay. Der ist gay. Alter, der hat recht. Der ist gay. Na, guckt mal an. Alter, der trägt pink. Sein Panzer ist rosa, aber lila ist er. Aber was bringt das? Einen pinken Kopf zu haben und so eine rosane, hässlige Sonnenbrille. Guckt euch den nochmal an. Der ist auch nicht zum Aushalten. Aber egal, reden wir nicht über sein Aussehen, machen wir ihn lieber fertig. Der ist ja gar nicht Complex. Nichts. Das war nur, wenn du dich so lösst. doch was passiert jetzt du spaß du kannst du nicht einfach immer mit einem scheiß Luftschiff fliehen alter ja Mario ne und dann nimm noch was springen doch einfach auf das Luftschiff oh Gott aber Mario kann ja nicht so springen oder sich daran festhalten weil ihn oder Junior sowieso wieder runterschubsen würde und das gar nichts bringen würde ja auf 2 eine Schneewelt mit einem Buchhaus wird es noch weiter quälen ja das ist Lemmy das ist das ist Lemmy der eine mit dem blauen Haaren heißt der andere heißt der andere heißt äh keine Ahnung und hier werden wir auch ein cooles item begegnen das hier sogar am Anfang schon gesehen haben aber egal ich beende den Part jetzt wir sehen uns im nächsten Part bis dahin ciao da 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 da